Ein gewisser Jüngling von 30 Jahren trat über die Brücke und durch das Tor in die Stadt hinein. Alle, die ihn persönlich sahen, berichteten später, er sei wunderlich gekleidet gewesen in einem bunten Rock von allerlei Farben. Wie er durch die Straßen ging, da nahm er aus seiner Tasche eine Silberpfeife. Wir haben uns in der Konzeption auf jeden Fall für die Perspektive des Kindes entschieden, aus der diese Geschichte erzählt wird. Daraufhin haben wir eine zusätzliche Figur eingeführt, ein Kind, was am Anfang im Prolog auftaucht und uns den Mythos vom Rattenfänger von Hameln nahe bringt. Mit dem Kind und einer Menge anderer Kinder, die dann auftauchen als Gefolgsleute, als Erweiterung dieses einen Kindes, gehen wir durch den Abend und lenken den Blick auf das, was an Machtmechanismen und Korruption in dieser Erwachsenenwelt stattfindet. Also insofern gibt es eine klare Entscheidung im konzeptionellen Zugriff auf die Ebene des Kindes, was die Welt und das Geschehen infrage stellt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Musik Ich glaube, Kinder haben große Fantasie und die sehen auch Sachen naiver und direkter und vielleicht objektiver manchmal. Und das Kind, die Fantasie mit Kleidung, vielleicht stimmt das gar nicht, aber der Sitz, wahrscheinlich die raten eher wie Wesen, die auch die Recht haben, da zu sein. Musik Musik Ich glaube, das Kind versteht nicht, warum die Ratten sterben sollen. Und deswegen kommt dieser Vergleich mit Menschen, aber erklär mir doch, weil ich finde, die sind näher an uns, als wir denken. Also das verstehe ich nicht. Die sind doch wie uns, die haben doch Kinder und die haben doch Klamotten und so. Und da geht es deswegen wieder rein in seine Fantasie. Musik 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 Ich liebe die musikalische Sprache. Ich finde es so fein, so präzis, so fantasievoll. Und ich interessiere mich sehr auch so für eine reiche, harmonische Sprache. Und das findet man hier die ganze Zeit. Das Stück ist fantastisch instrumentiert. Ich finde die Rollen, wie er für die Sänger, Sängerinnen geschrieben hat, auch total aufregend und schön. So tiefe Töne für die Mezzo-Sopranisten, ganz höhe Töne, aber die melodisch gesungen werden müssen für die Sopranisten. Ich finde es auch so ein wunderbares Stück Theater. Es ist einfach, was kann man sagen, ich bin so froh, dass ich das machen darf. Musik 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 Musik